ja hallo leute herzlich willkommen zu meinem zweiten durchspielen von episode 2 kinder von arkham also ich werde jetzt diesmal komplett das andere machen wie beim ersten normal durchspielen und ja das video wird wahrscheinlich ungefähr 20 minuten lang werden ich werde nur die unterschiede zeigen und die wären halt dass falcon diesmal kein morphin bekommt wir versuchen selina ja bleiben auf abstand da gibt es keinen versuch sie zu küssen den bürgermeister als bruce wayne zu besuchen wird wahrscheinlich der größte unterschied sein oder eine vollkommen andere szene erleben werden habe wird gesagt bekommen dass wir wenn er sich nicht offen offen zu uns bekennen kann dass wir ihn dann nicht mehr unterstützen jedenfalls finanziell nicht und wir werden selina retten ganz am ende wenn wir uns entscheiden müssen ja dann gibt es natürlich noch den unterschied dass wir dass ich in erster episode 1 bei meinem alternativen spielstand auch wieder natürlich andere entscheidungen genommen habe und das wären dann hier vor allem dass wir wir haben falcons hand geschüttet naja ähm verweigert eine stellungnahme bei wiki wail wir haben gnade walten lassen der größte unterschied ist wahrscheinlich dass wir die information lieutenant gordon gegeben haben statt sie über wiki wail öffentlich zu machen und falcon ja das ist wahrscheinlich auch ein großer unterschied denen dem haben wir diesmal komplett komplett in ruhe gelassen am ende also er müsste wenn er jetzt im krankenhaus ist ich weiß gar nicht mal schauen die kömerkons wir haben ja hier müssen wir jetzt kommen werden können ja da haben wir ihn einfach nur aufgehängt nicht aufgespießt aber auch bei sperrilen sie auch noch keine die weh's aber die weh's auch die biggest gangsters in got home ha ha mehr allegations about his ties to the underworld this isn't going away es alles so public and messy how could you hide this from me alfred for all these years would you have me do you were a child Das sind wir aber eigentlich schon lange nicht mehr, oder? Oh je, tut mir schon ein bisschen leid, Alfred. Wir sind in der Hölle. Wir sind in der Hölle. Ja, danke für die Informationen, die du mir gegeben hast, Bruce. Er wird niemals rausgekommen. Oh, ich bin sorry, Informationen? Was Informationen? Oh, ich glaube, du bist ein neues. Ich werde erst ein bisschen kontaktieren deinen Office. Ich habe ihm ein paar Beispiele gegen Falcone. Ja, mehr als ein Katalog von seinem gesamten Kriminell-Empire. Ja, das ist gefreut. Das ist das, dass wir Falcone wegnehmen können für Leben. Ist das ein Fakt? Das ist die Grund, warum ich ja gesagt habe, zu dieser unorthodoxen Reaktion. Wir halten Falcone in der Infirmary. Er ist glücklich, dass er nicht mehr aufgerufen wurde. Ich konnte sagen, dass Batman ihn wollte, um ihn zu töten, aber er hat ihn zurückgehalten. Und er hat sich gehalten, um die richtige Dinge zu tun. Ja. Tja, diesmal müsste es ihm doch besser gehen, oder? Und trotzdem braucht er seinen Morphine. Warum eigentlich? Ich habe ihn ja nur aufgehängt. Oh, der liegt trotzdem da. Voll am Arsch. Morphine ist auf der Seite da. Sei ein guter Junge und helbe Uncle Carmine aus, oder? Sorry. Tja, diesmal nicht, ja? Mal gucken, was er dazu sagt. Ob wir trotzdem die Geschichte hören? Oh! Was! Oh! 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 Of course! Oh! You'd never know the truth! How much of your old man is in you? What kind of son did he make? I need you alive. But only until I have answers. Apple didn't fall far, did it? You got that Wayne Seed. He loved you, you know. Er hat alles gemacht für dich. Er hat sich selbst beschädigt. Aber was hast du auf das Schlimmste? Dein Vater war mehr Dank für uns als alle. Er hatte eine Veränderung, weißt du? Aber trotzdem... Er hat uns alle künstler. Including dich. Deine Eltern haben das gemacht. Oh! Sie sind für dich in hell! Der Mann musste sterben! Die Kampfer nehmen alle deine Fähigkeiten? Was, du versuchen zu schlauern? Natürlich, du bist nicht der Schlauern. Schau, zurück. Jetzt. Jesus, Mann! Hat er recht. Sie sollten gehen. Ja, das ist irgendwie schon lustig, ey. Au! Was ist, wenn ich gar nichts drücke? Oh, dein Kettbeam. Ne, heute nicht. Wenn du das hier mitkattest. JuindelCI! Is my here? Not done yet. Also wenn man nichts drückt, hat man die meiste Zeit eher einen verlängerten Slow-Motion-Effekt. Ist doch nicht auch cool, oder? Ich glaube, sie wollen mehr. Dann geben wir es ihnen. Und jetzt? Der nimmt den Billardkühl sowieso. Ich muss gar nichts machen. Na okay, hier schon, oder was? Game over. Oh man, das geht schon ab. Bang. Tja, diesmal bleiben wir Vicky Whale treu. Okay, we should go. Ich nehme die Rooftops, du nehme die Alley. Wait. Just... Stay out of trouble. Tja, ich denke mal, das wird hier noch am interessantesten diesmal als Bruce, den Bürgermeister besuchen. Going as Bruce is the smart choice. Oh man, das sieht so aus. Oh man, das sieht so aus. Wie kann man das auch machen? Wie kann man das auch machen? Ich komme mal als Freund. Ich komme mal als Freund. Ich gehe 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 mal als Freund. Only the files I seized from Wayne Manor. Your father Falcone and I, we had ways of getting anything we wanted. How do you think your family got the land for Wayne Tower? Cobblepot wants retribution because we took his family's land. Oswald's family signed it over to us, along with the rest of their assets. If that's true, then Oswald has a right to be angry. Is there any proof? Your father and I hid our tracks quite well. There's so much more I could share. If only we were friends. I could help you deal with Penguin. Let you in on some family history. But I'm caught in a dogfight for my political career. And my rival has bottomless pockets. Oh, if that rival were to say, drop out. Or his advertising spend were to dry up. I might have a lot more resources for something in this family. Oh, das könnten wir tun. Das ist ja auch die andere Änderung, die wir machen wollen. But, fine. That's what it takes to earn your friendship. I knew you'd see the light. It's time we really talked. The power is an old oak. What is that? The trunk stands strong, but it's the roots that hold it up. And the thickest of them lead to Arkham. Arkham Asylum. I get the Ventus. My father, me, Falcone. We used it to get our enemies out of the way. Drugged and declared them insane. It made it easy to take their things. Thomas was the doctor. I leveraged my political power to ease the transfer of assets. My father. I can't believe he'd be part of that. It doesn't matter if you believe. Penguin does. And he's not happy about it. Gotham was chaos before we took control. At least now there's a semblance of order. And the people in. Listen, Bruce. Now that we're back on the same side. Your father's last gift to me. They're yours. The keys to the city. Thank you. Hamilton. Call me Hamilton. Penguin's gathered quite a few victims to his crusade. But that's a problem for another day. Now if you'll excuse me, I have to pep for the debate. My door is always open, Bruce. Next time make an appointment. Okay. Reded du all fairness. Stay away from the debate. It's not safe. Für ihn nicht. Missed my chance to humiliate Dent. It'll take more than Cobblepot to keep me away. Jetzt haben wir ja richtig dicke Freunde geworden. Aber naja, wir wissen ja, die... Das hält eh nicht lange. Alfred. Get a warning to Gordon. Tell him to increase security the debate. Hill seems to think he's safe. But Penguin's still out there. Okay. 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 But here's the thing, Bruce. Without your money... I am dead in the water. Tja, scheiße. I know this is a delicate topic, but I need you to keep me afloat. I may have to trash you in public. But you and me, we'll know the truth about our friendship. Das kann doch nicht wahr sein. You've got some nerve, Harvey. Either we're a team or we're not. Of course we're a team, Bruce. Of course we are. Just... Not in front of the press. Listen, I hate to push you, but I... I need to know. Can I count on your money, Bruce? I hate her nischt. Whatever it takes to save Gotham. Nö. That's what we wanted. Nö. No, Harvey. You can forget it. That's... Disappointing. You have a good reason? I swear to see you give. Because all that money I was giving you, I'm giving it to Hill. Excuse me? Yeah. You're joking. Please tell me that you're joking. Familie. Orders. Well, look. I have to go. The makeup person is here. Guess they have to put on my face. Listen, I'm sorry we couldn't make this work out, Bruce. I'm glad I took a chance on this... This collaboration of ours. Keep on doing what you're doing. And the rest of Gotham will start to see you like I do. Oh, jetzt ist er zufrieden mit uns. Wir sind ein Held. Ich schätze die Geste. Hero was a lofty title. I hope I live up to it. Could be tonight's tonight to prove it. Und die taucht ohnehin auf. I'd keep that holstered if I were you. You have a better shot than my SWAT team of getting in there quietly. And we are seriously underfunded at the GCPD. Sounds like a vote for Dent, Lieutenant. Echt, jetzt für Dent? Also unser Geld hat er doch gar nicht mehr. So, das läuft jetzt mal ein bisschen anders ab hier. Selina. Und die gut ist. Ja. Und... Und die war. Und die war. Und die war. Und die war. Und... Oh, sorry, Dent. Alternativ. Diesmal wird sie nicht angeschossen. Oh, fuck! Boah! Der hat mir das ganze Gesicht verbrannt. Lol. Jetzt haben wir Two-Face? Das ist ja immer mal ein Unterschied, oder? Da bin ich mal gespannt, wie die das dann in der nächsten Episode zusammenführen. Das halbe Gesicht weg. Die City Hall ist in Chaos, nachdem der Herr Hamilton-Hill war verabschiedet worden. Während viele Mitglieder der Kinder von Arkham wurden verabschiedet, der Pinguin ist noch nicht mehr verabschiedet. Am besten, wie denn der König ist es nicht mehr so gut. Das ist ja immer so gut. Das ist ja immer so gut. Und dann ist ihm, wie denn aus dem Geh Hugo ist es noch so gut. Am besten, wie denn der König ist ein Mensch. Der König ist, wie ich in Mannheim, Er wird nicht das gleiche nach dem Fall sein. In der Zwischenzeit, der Wayne-Familie-Skandal weitergeht nachdem die gesamte Begründung der Thomas-Wayne wurde veröffentlicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und die finanzielle Unterstützung hat zwar zu dem dann gepasst Letztendlich der größte Unterschied, den hatten wir dann doch am Ende, oder? Selina zu Catwoman zu eilen und ihr zu helfen Und dann Harvey Dent sein Two-Face-Gesicht zu sehen Okay War dann am Ende doch ganz lustig Ich hoffe es hat euch auch gefallen und dann Ich hoffe mal wir sehen uns dann in Episode 3 Macht's gut Next time on Batman The Telltale Series You may have saved me But this isn't over You don't know these people, Bruce Authorities are scrambling They want to decide what your future at this company will be Do you really think Bruce Wayne is worth protecting? What do you want from me? You know what I want No more hiding But for anyone But don't worry Bruce Wayne is finally gonna get what's coming to him Bruce Bruce Bruce